was du regel. In der Nähe sollte ein Fusionsreaktor sein, der das Kaffeex beicht. Wenn du dich störst, dürfte das Feld zusammenbrechen. Das... Aber warum zerstörst du die denn? Wo ich den Typhnomen damit getroffen hab, du Arsch. Hörst du auf ne Granate auf die Spaß? Oh oh. Bitte ne Fax. Weiß nicht. Ja. Zeig mal mir auf wo lang. Okay. Ja, der sanfte Klaps zeigt dir auf der Karte an, wo die sind. Ah, guck mal unten auf der Ding hier. Boden. Du nimmst den einen, ich nehm den anderen. Ja. Versuch ganz schnell durchzugehen, mal gucken. Auf mir schon. Irgendwie schon. Ich kann ja auf die Karten gucken, wo die Gegner sind. Wenn du Pech hast, dass ich aktiviere wieder, ne? Was? Die Fähigkeit. Was denn? Gegner. Fette Gegner? Alter, was ist ein Fusionsreaktor? Was ist denn los mit... Mein Gesicht, ich schau immer ab. Hehehe. Guck mal ganz schnell weg. Oh ey. Ey, diese Engineers Dinger sind richtig kacke. Die gehen mir voll auf den Keks. Ohne dass irgendwas davon explodiert, okay. Haben wir schon verschissen. Ich hab die in die Luft gejagt, eben. Okay. Bei mir haben die einfach nur rumgemacht, eben. Hehehe. Blau gut, rot schlecht. Ja. Wo ist der? WTF, wie soll das denn jetzt funktionieren? Wollen wir drauf schießen auf die roten? Ne, ne. Blau gut. Auf die roten schießen? Hab ich doch eben auch gemacht. Ja, aber wir hätten auch die Zusatzmisschen machen können. So. Blau gut, rot schlecht. Wo ist der? Was denn? Ja, das ist kacke, wenn du hier so einen hast. Ein Bastard. Buch 3. Danke. Boah. Fick ich. Was denn? Nix. Halt die Stellung, bis es ganz aus ist. Und verhindere, dass die es wieder hochfahren. Hm, halt die Stellung, bis es ganz aus ist. Ich bin schon hier. Ja, aber ich noch nicht. Lille, Roland, die Stromrelais versorgen den Reaktor mit Energie. Zerstört sie. Keine Ahnung, was das heißt. Ich bin schon hier. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Hehehe. Wichser da unten, ey. Boah, du Sack. Wie ist das dein Ernst? Schon wieder? Weißt du, wie viele Gegner unten ganz sind? Da ist das grad... Ich bin ja schon wieder tot. Oh nein. Gegner. Sag mir nicht, ich bin bei dir gespawnt. Doch. Warum? Weil es genau da richtig ist. Was? Ja, aber hier wollte ich gar nicht hin. Hinten, wo ich grad war, da waren nämlich noch Waffen und so toll. Äh, da war eine Schwester rücklaufen. Das ist ein Sack. Ja, hier ist... Ich bin nicht gestorben. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo das war jetzt. Schön. Hinten. 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 Können wir gleich noch gucken. Ne, generell wo lang ich klappen muss. Karte. Du hast eine Karte. Oh nein, ich klappe der Bombe. Ja. Ja. Die Dinger, die du nämlich eben schon gesprengt hast. Autsch. Ja, genau. Ich stoße auch auf heftige Gegenwehr. Komm. Wie du Wichser da oben. Ja, vor allem, der lädt noch niemand nach, wenn der tot ist. Ah, jawoll. Bah. Die ganzen scheiß Gegner, ne? Einfach aktivieren. Sonst da kommt schon immer Fähigkeit aktivieren, Leben regenerieren. Ja. Ist mir egal, was kommt. Ja. Lalalalala. Ach ja. das ding sieht richtig aus ich ja es war in die luft bad ass alter gut auch zwei was was denn ich war das nachladen und das wird aktiviert ist immer geil ich glaube super gegner dass du da hinten bist und mir richtig gelegen nicht danke dass sie nur wieder so durch die erzeigen wo deiner ist wo dein ding ist hab ich doch schon dass du dann nix wo du hättest jetzt in ruhig hinlaufen können dann muss er gierig sein man ja auch gegner man zwei sohne dinge da deswegen auge der helios das kann nur kräftig kräftig deftig werden wird sich gut ob man schön aus dem buch hin raus sind das macht nur furzi z und hier da habe ich das auch seit kommenden bringen warning hohoho stop 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 Da ist man hier Hm Jetzt haben wir ein schönes hier Ah nix für mich Pistolen-Rate Nein kann ich wirklich ein Schaden Nö kann ich nicht mit Waffen Waffenschaden ne ich benutze keine Pistolen Ja Scheibe Und rennt dann erst durch Das ist auf dem E-Motiv Und jetzt muss man mit auf Warte los Jetzt Und ich renne schon vorher durch Erleb mich mal schnell wieder Ja du Krüppel Ich musste da auch noch durch Danke Na Definitiv alles aufladen Ist mir egal Alles was man braucht Ja Handgranaten Okay Einmal auf Kohle Ich hab kaum noch Kohle Ernst hab ich ja 24.000 noch 18.000 noch Ja dann Kaum noch Kohle Nein Nein Ich hab schon ein ungutes Gefühl Was für Gegner hier auch kommen Mal kurz Pause drücken und Cut Ja Ja würde ich auch sagen Tschüss Ja Ja